Gegen HSV, meinst du vielleicht? Irgendwie war er auch nie richtig weg. Er gehört immer zum BVB. Herzlich willkommen, Florian Gringe. Florian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Fällt mir direkt auf, im Hintergrund ist vielleicht auch ein bisschen viel Blau-Weiß. Da müssen wir noch dran arbeiten, aber das können wir ja beim nächsten Mal machen. Das ist grün. Ach so, okay, ja, alles klar, dann kommen die Farben nicht so richtig rüber. Florian, erste Frage, wie geht es dir? Florian, du hast ja auch schon die eine oder andere Verletzung gehabt. Alles gut? Ja, sehr gut, danke. Ich bin gesund und mit Verletzungen, seitdem ich nicht mehr spiele, ist es ein bisschen weniger. Hüfte ist neu und hält. Du spielst ja mit Fußball und das noch sehr, sehr gut. Florian, du bist auch im Legenden-Team mit dabei. Ihr könntet euch in diesem Jahr noch überhaupt nicht treffen. Gibt es da irgendwas Neues zu berichten? Ja, das müsstest du mir sagen. Du bist ja der erste Ansprechpartner. Nein, 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 nein. Aber du bist ja auch in der WhatsApp-Selbsthilfe-Gruppe. Ja, ich hoffe natürlich. Das sind natürlich super Events immer für uns. Es macht natürlich unheimlich Spaß, nochmal auf dem Platz zu stehen mit den alten Kollegen und unsere Farben zu repräsentieren in der Welt. Und das ist natürlich sehr schade. Aber wir haben ja so eine ganz aktive WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Jungs. Ich denke, dass sie alle mit den Hufen scharren, dass da auch bald nochmal ein Spiel stattfinden kann. Florian, gibt es noch ein Spiel mit Borussia Dortmund, an das du dich sehr gerne erinnerst, weil du da ein besonders tolles Tor geschossen hast? Gibt es da noch irgendwas? Gegen den HSV, meinst du vielleicht? Ich weiß es nicht. Du hast ja viele schöne gehabt, geschossen. Auch mit dem BVB gegen Köln einmal getroffen. Das war allerdings nicht besonders schön. Aber das passt jetzt zum Spiel. HSV Köln, wir schauen mal, ob die beiden Tore dabei sind. HSV Köln, wir schauen mal, ob die beiden Tore dabei sind. Ja, was für Tore von unserem Florian. Wirklich einfach sensationell. Florian, am Wochenende geht es gegen den 1. FC Köln. Hast du persönlich auch immer gerne mit dem BVB gegen Köln gespielt? Ja, klar. Wenn man so ein bisschen Verbundenheit hat zu beiden Klubs, dann glaube ich, sind das immer besondere Spiele. Und ich habe ja auch großes Glück gehabt, neben dem BVB auch für so einen Verein zu spielen. Wenn es hier gut läuft, jetzt gerade haben sie ja leider ein bisschen Probleme auch. Aber wenn es hier gut läuft, kann das natürlich auch unheimlich Spaß machen, auch in Köln. Wenn das jemand sagen kann, dann du und vielleicht auch ich ein bisschen. Obwohl, es ist schon lange, lange, lange her. Wir haben in diesem Jahr schon einmal gegen den 1. FC Köln gespielt, Anfang des Jahres, am 24. Januar. Und an dieses Spiel erinnern wir uns sehr gerne zurück. Warum? Das schauen wir uns jetzt an. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik Wow, was für ein Spiel. 5 zu 1. Gut, das könnte ich mir auch morgen gut vorstellen. Wir haben es gerade gesehen, Florian. Zwei Tore von Erling Haaland. Was sagst du zu diesem Stürmer? Ja, das ist ein Phänomen, der einfach unheimlich kalt schnäuzig ist vom Tor. Ähnlich wie du früher, Nobby. Ja, das ist nicht abgesprochen, aber er hat recht. Ja, das ist ja, glaube ich, außergewöhnlich einfach für einen Spieler, der 1,94 glaube ich ist, der auch noch unheimlich Speed hat. Man hat es jetzt gerade zuletzt beim letzten Tor, insbesondere gegen Hertha gesehen, wie er dem Abwehrspieler, ich glaube Alderete war es, da doch nochmal einige Meter abnimmt. Ja, der ist einfach eine Wahnsinnsquote in so jungen Jahren. Das ist schon sehr beeindruckend und ich glaube, dass er mit seiner Art auch einfach super zum BVB passt. Er ist einer, der nie aufsteckt. Ich glaube, dass er von seiner Mentalität, der auch die Jungs, auch trotz seiner jungen Jahre schon richtig mitreißen kann, dem steht Ehrgeiz ins Gesicht geschrieben. Das ist wirklich so. Aber er scheint auch ein sehr positiver Kerl zu sein, der sich auch für seine Mitspieler freut, der antreibt, der aber auch auflegen kann und sich auch über Assists freut. Und das sind natürlich Qualitäten, die man gerne sieht. Ja, deshalb, wir sind wirklich sehr froh, dass wir ihn haben. Köln im Moment auf Tabellenblatt 17. Das ist sicherlich auch nicht das, was sich der FC, die Trainer und die Verantwortlichen vorgestellt haben. Du hast ja eben schon kurz angeschnitten. Ich sage mal, der Mut, der auch Gisdol im letzten Jahr gehabt hat, auch mit den jungen Spielern und das Spielglück, auch die Leichtigkeit, die ist gerade so ein bisschen weg. Und es hat dann auch viel mit dem Kopf zu tun einfach. Und dann ist man nicht in der Lage, sein übliches Leistungspensum abzurufen. Und ich glaube, im Moment haben sie, es ist in erster Linie ein Kopfproblem beim FC. Jetzt bist du auch unterwegs im Fußball. Du beschäftigst dich mit jungen Talenten. Du schaust nach jungen Talenten. Da muss ich dir natürlich die Frage stellen, was du von den Dortmunder jungen, wilden, so hältst, von Reiner, Sancho, Bellingham, Haaland, Moukoko, seit gestern oder vorgestern, Ansgar Knauf. Das sind natürlich alles Riesentalente, oder? Ja, genau. Also da wird auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, schon frühzeitig auch diese Talente zu erkennen. Das ist ja immer ein bisschen Risiko dabei. Wenn ich an Jadon Sancho denke, das waren ja schon immer enorme Summen, die da auch in die Hand genommen wurden, bevor er wirklich im Profilbereich aufgetaucht ist. Aber da braucht man natürlich ein bisschen Weitsicht und Mut auch einfach, dass sich das rechnet. Der hat sich natürlich wahnsinnig entwickelt. Haaland, Reiner, gar keine Frage. Jetzt Bellingham, auch mit 17. Bellingham, genau. Und da war ich ja verwundert, weil ich auch mitbekommen habe, dass der BVB da auch schon ein bisschen länger auch dran war. Und man muss sich ja dann auch erst mal durchsetzen gegen andere Konkurrenzen. Ich glaube, wer mehrere Top-Clubs um ihn geworben haben, macht einen unheimlich abgeklärten Eindruck für einen 17-Jährigen. Also da kann man frohen Mutes in die Zukunft schauen auf jeden Fall. Ich glaube, dass der BVB da eine sehr gute Arbeit macht und für die Zukunft auch gut aufgestellt ist, weil es einfach ein entwicklungsfähiges Team ist. Und das muss auch natürlich noch der Weg sein, eine ganze Zeit lang. Drücken wir die Daumen, dass die Jungs auch alle gesund bleiben. Jetzt müssen wir beide auf unsere alten Tage noch etwas machen. Das wollten wir uns normal ersparen, aber es kommt der Zweikampf, Florian. Vielleicht noch zur Auflösung. Letzte Woche habe ich gegen Mo Dahoud gespielt und Mo hat gar nichts auf der Kette gekriegt, keinen einzigen Punkt. Ich war jetzt auch nicht viel besser, zwei Punkte, aber ich konnte wenigstens ein wenig aufholen. Es steht jetzt 22 zu 20 für meine Gäste und ich hoffe und drücke mir natürlich die Daumen, dass ich Florian Kringer heute besiege. Besiege. Also, wir blenden die Wand einmal an und da du mein Gast bist, darfst du natürlich auch beginnen. Was glaubst du von den neuen Dingen wird alles passieren? Also, wir schießen mehr Tore, als wir kriegen. Dafür gäbe es einen Punkt. Das ist jetzt nur die ganz sichere Sache von Florian. Jetzt wird es aber auch... Also, ich sage, wieder ohne Gegentor gegen den FC. Gibt es wenigstens zwei Punkte. Jetzt bist du wieder dran. Ich sage, wer ein Innenverteidiger trifft. Ein Innenverteidiger trifft? Dass der BVB über 68 Prozent Ballbesitz hat, ist sowieso klar. Und jetzt dein letzter und mein letzter. Hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt, dann würde ich sagen, der BVB wechselt fünfmal. BVB wechselt fünfmal? Dann glaube ich, dass es noch ein Joker-Tor gibt. Egal wer. Ja, da bin ich immer gespannt, was das gibt. Wer mehr Punkte holt, Florian, ich weiß es nicht so recht. Ich bin bei dem Spiel nicht sonderlich stark. Ich hoffe, du auch nicht. Wir werden sehen. Nichtsdestotrotz, Florian, ich muss dich fragen, was dein Tipp ist. Und was kannst du denn noch verantworten an Tipp, dass du auch wieder unfallfrei nach Köln reinfahren darfst? Auch da habe ich keine Hemmungen. Also ich denke, dass es einen klaren Sieg gibt, ein 3-0 für Dortmund. Dann machen wir das so, Florian, wenn das wirklich passiert, gibt es einen Zusatzpunkt für dich. Allerdings möchte ich für meinen 5-0 auch einen haben. Ja, weil 5-0, also wenn das ist, dann hast du den dann auch wirklich verdient. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Florian. Wir drücken natürlich morgen die Daumen gegen den FC, dass wir unsere nächsten Dreier einfahren. Solltet ihr kein Sky haben, ihr könnt natürlich das Nettradio hören. Objektives Radio direkt hier von diesem Ort, mit diesem Blick. Mehr geht wirklich nicht. Boris und ich werden uns Mühe geben, dass ihr auch nicht ruhig auf der Couch sitzen könnt. Das war es von eurem Feiertagsmagazin. Noch mal ein dickes, fettes Dankeschön, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken die Daumen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, macht's gut. Der Nobby. Gerne. Schöne Grüße. Schöne Grüße.